Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spyro 2 In der letzten Folge haben wir wieder ein Level nicht ganz geschafft, aber ich glaube das ist im Moment auch etwas schwieriger Schauen wir mal was bringt, was bringt, was ich da drüben Da drüben Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber Schaut etwas zu aus, als wäre es wurscht Ha! Ha! Sehr gut, wir haben hier eine Kugel Wie ich zu der dort ganz drüben komme, weiß ich noch nicht, aber ist schon mal egal Da schon wieder zu weit ist Gut, das war klar Gut Ähm So, Metro Strecke, das hört sich nach einem Fluglevel an Uiuiui Na gut Lass uns da hinein schauen Drei Aber Rund Drei Drei Das war's für heute. Okay. 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 Ja gut. So, wenn ich da die Taube am Anfang auch gewischt... So... Na, schauen wir mal... Ich habe mich vorher leider verkackt... So... So... So, was darf ich mir einfach nicht erlauben... Pfeiler, riecht im Darm schleißen... kommen Ah, shit! Ah, shit! Gut, aber ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen. Das muss ich nur noch zubringen. Das muss ich nicht mehr so zubringen. Und jetzt hoffe ich, dass da nicht kein weiteres Titel war. Oh! 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 das tut aus, was passt ich glaube das wird den Weg den wir nehmen so Ich weiß schon was ich überhaupt nicht da was vergessen habe, aber... Ich mag schauen ob sich das zu nehmen das jetzt dann... Ah, da wo habe ich jetzt eine Toodle vergessen... Hm... Oh... 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 Ich bin ich und ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Wir haben es geschafft. Oder? Ja, Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Perfekt. Schauen wir mal, jetzt habe ich da wahrscheinlich auch 50%. So, 50% passt. Gut, dann sage ich jetzt aber trotzdem mal, das war es mir nämlich mal so. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.